Um so tödlich zu sein, wurde das Flugzeug um seine Hauptwaffe herumgebaut, die 30x173mm GAU-8 Gatling-Style Avenger-Autokanone, die ebenfalls im Rahmen des AX-Programms entwickelt wurde. Die GAU-8 hat eine hohe Mündungsgeschwindigkeit und eine superhohe Feuerrate. Jede Minute feuert sie 3900 panzerbrechende Geschosse ab. Dank der hohen Präzision der Zielsysteme und des günstigen Blickwinkels am Himmel reicht diese Autokanone aus, um eine ganze Armee feindlicher Infanterie, gepanzerter Mannschaftstransporter und Panzer rasend schnell auszuschalten. Neben der Autokanone ist die AX-10 auch mit der Luftbodenrakete AGM-65 Maverick bewaffnet.